Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ hat das Wort. Danke Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Über den Antrag, den wir heute beschließen werden, ist jetzt schon einiges gesagt worden, auch über die Studie, auf die dieser Antrag basiert. Und es sind auch schon viele Zahlen genannt worden, die diese Studie ans Licht gebracht hat, erschütternde Zahlen über die Gewalt an Frauen. Ich möchte es noch um eine Zahl ergänzen, nämlich, dass zwei Drittel aller betroffenen Frauen, von Gewalt betroffener Frauen, diese Gewalt nicht melden, weder an die Polizei noch an eine Beratungsstelle. Wenn man sich das noch einmal vor Augen führt, dann weiß man, dass die Gewalt an Frauen, die sexuelle Gewalt, psychische, physische Gewalt, noch um ein Vielfaches höher ist. Und auch das sollte man bei der Debatte eigentlich sich immer wieder vor Augen führen, wie groß dieses Problem international ist. Und das wurde ja von Ihnen auch ganz drastisch angesprochen, das uns wirklich, zumindest mich, auch sehr berührt hat. Auch in Österreich, wir wissen es, gibt es diese Gewalt in der Familie. Und sie ist eines, das eigentlich sehr oft vorkommt. In den unterschiedlichen Formen wird auch schon angesprochen, welche Formen von Gewalt es gibt. Und ich denke, es gibt ein paar Punkte, auf die man ganz besonders achten muss. Es ist die Prävention, es wurde heute auch schon angesprochen. Und da denke ich mir, dass es ganz wichtig ist, in den Schulen starke Mädchen und starke Buben zu formen, zu erziehen, sie zu begleiten, dass man ihnen lehrt, dass es andere Mechanismen für Konfliktlösungen gibt, als sie mit Gewalt zu lösen. Probleme gibt es immer, aber nicht mit Gewalt lösen. Ich denke mir zudem, dass es ganz wichtig ist, auch schon angesprochen worden, dass man mit den Tätern arbeitet. Ich bin überzeugt davon, dass wenn man nicht mit den Tätern arbeitet, Menschen sehr oft Täter bleiben. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie es nicht gelernt haben, anders sich zu artikulieren. Und deswegen ist Täterarbeit eine ganz, ganz wichtige. Und wir müssen in den nächsten Jahren bei der Gewaltprävention diesem Thema noch viel, viel mehr Augenmerk widmen. Denn da bin ich wirklich überzeugt davon. Und ich möchte abschließend, ich hätte noch viel zu sagen, ich habe leider nur zwei Minuten. Ich möchte abschließend noch sagen, dass ich die Initiative der FPÖ, diesen Antrag zu erweitern, auf Gewalt, generell auf Gewalt, ganz egal wem gegenüber, unterstütze. Und dass wir, soweit ich jetzt richtig informiert bin, auch zustimmen werden. Weil ich mir denke, es ist ein Menschenrecht, vor Gewalt geschützt zu werden. Denn es ist eine gravierende Menschenrechtsverletzung, wenn man von Gewalt betroffen ist. Zwei Drittel der Frauen, die Gewalt erleiden, melden es nicht, soll Riki Königsberger Ludwig von der SPÖ. Vielen Dank.